Ja, das geht doch. Ich bin gleich bei dir. Ist gut, aber beeil dich. Hoch. Schnell jetzt. Im Licht. Wo ist er? Ja, hier. Das ist der falsche Raum. Ja, wie kommen wir durch? Du dich. Du dich. Wir vernielen ihn. Das ist hier nur fürs Looten. Das ist jetzt gerade sehr schlecht. Wir werden ihn verlieren. Ach shit. Wir werden uns selbst verlieren. Einen Eingang zur Krypto. Okay. Wie kann ich mich da nicht ducken mit dem... ... ... ... Ich mach dir den Weg frei. Wir werden dich von da oben runter holen. Ganz ruhig, Anni. Ich muss ihn da runter holen. Okay. Das kann ich nicht machen. Okay. Hier. Anzünden. Die Zweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lang genug auf Abstand halten. Ja. Ich seh auch. Aber was sonst? Ich muss irgendwo einen Holzspritz nehmen. Oh, wir sind geliefert. Wie sonst? Wie sonst? Oh, da hinten müssen wir hin. Können wir uns irgendwie ein Bett auseinanderbauen? Hugo, ich muss ihn da runterholen. Tja, hat jemand eine Idee? Man müsste Licht anzünden können. Bitte in Brand setzen. Das ist keine Option. Die Ratten verbrennen. Die Schweige verbrennen zu schnell. Damit kann ich sie nicht lange genug auf Abstand halten. Ich habe auch keine Idee, was sonst... Vielleicht irgendwo aufs Bett werfen? Nein, das tut es nicht. Hm. Irgendwie muss es doch gehen. Ah ja. Und jetzt hier. Ja. Sehr gut. Perfekt. Danke. Müssen wir noch hinkommen. Steiner. Sehr gut. Alkohol. Ich hätte dich nicht allein lassen dürfen. Das war zu gefährlich. Ist schon gut. Ist schon gut. So gut. Wie geht's dann? Ich muss mich dann sehen. Komm, hoch mit dir. Na gut. Der letzte große Kreuzzug liegt schon ein Jahrhundert zurück. Die Kirche sieht sich neuen Gefahren ausgesetzt, Krankheit, Hunger, Nötig, Krieg, Selenz treibt die Menschen in die Arme des Glaubens. Dieser Bedarf an Spiritualität, der den vielen Tod zuzuschreiben ist, zwingt den Klerus dazu, eine neue Priester auszubilden. Einige Leute suchen auch weiterhin Heil und Heidentum, aber Glauben und bei anders denkenden Ohren uns vereinigen. Aha. Werkzeug. Werkzeug. So, wir kommen jetzt hier rüber. Das sieht nicht nach dem Weg aus. Ok, wir kommen hier wieder weg. Hier nicht, dort nicht. Grün wollen wir wahrscheinlich hin. Wir gehen nach unten. Ok, vielleicht zurück. Da war eine Tür. Da war eine Tür. Ach, auf einmal geht's. Wir haben es doch vorhin versucht. Die Krypta. Gott sei Dank. Jetzt können wir hier raus. Ja, weit weit weg von hier. Na hoffentlich. Backpack. Erstmal den Börtel. Das sollte mir die Sache erleichtern. Komm, ich helfe dir. Na gut. Oh, was ist das da auf dem Boden? Sollen wir trotzdem weiter gehen? Ja. Wir sind so weit gekommen. Es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. Das ist so einer kleinen Pfaffel. Was ist das da an den Wänden? Ich, ich weiß es nicht. Das kann ja nicht gut gehen. Och, nö. Resident Evil 7 Uhr grüßt. Die waren das. Glaubst du wirklich? Ja, wir. Bauen wir einen Stock. Dann werden sie gern schön wütend sein. Kann man nur einen Stock holen? Okay, wohin dann? Ich fürchte dort lang. Ach so, hier. Bahnstecker. Boah. Boah. Wir dürfen die Wände nicht berühren. Die Luft. Sie brennt im Hals. Was wird die übeles grüßen? Echt jetzt. Wir haben es geschafft. Wir sind da irgendwo. Wenn du auch steigst. Nein. 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 Geschafft. 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 Sie auch. Kappner Fjörn. Der Lärling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Lorenzio sind wir sicher. Komm! Und da sind wir. Da oben! Eine Windmühle! Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Auf die Windmühle. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Na toll. Das ist doch nicht zum Hof. Wie haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sage dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Ich bin gleich wieder da. Kein Mucks. In Ordnung. Ich warte auf dich. Okay, Vasen haben wir hier keine drüber werfen können. Oh shit. Oh shit. Ähm. Das war wohl nicht so gut. Ich komme vielleicht von dir aus. Was ist es? Was? Ich kann nicht sehen, was es war. Verdammt. Wir sind nicht hier. Ich kriege auf. Wartest du ab? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Nichts. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Von hinten. Es spielt bei der Wege. Wie genau sie sich erst stehen ab 18. Und vielleicht von hier schon? Ne, das ist zu laut. Das ist an einem Endstieg zu uns, oder was? Das ist noch nicht zu sehen, oder? Können wir uns an dem vorbeischleichen, oder? Verdammt! Oh, schlecht. Nichts ja klappen können. Wenigstens hat er in einem Ritter noch mit zerstört. Ein kurzer Stück Kaffee. So weiter geht's. Klingt das ein gutes Mittel. Dann müssen wir uns halt dran vorbeischleichen. Verdammt! Werfen müsste man das nicht mit der Schneider. Oder so. Das ist ein komisches Geräusch. Er sieht uns nicht, er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. Doch jetzt sieht er uns. Verdammt! Hm, wie kommen wir da sonst vorbei? Dort steht der zweite. Ich denke, irgendwie ablenken müssen wir den. Was? Hm. Als ob der uns hier gesehen hat. Verdammt! Ja, der mit dem Speer ist glaube ich der stärkere. Den abwerfen ist wahrscheinlich auch nicht die gute Möglichkeit, oder? Wie machen wir das jetzt? Hier fliegen wir sofort auf, oder? Ja, natürlich. Ja, komm nimm. Amicia! Amicia! Antwort! Antwort! Aller guten Dinge sind es 3... ...sich... ...tausend. Ich habe das Gefühl, wir müssen ihn ablenken, indem wir hier drauf werfen. Aber wir kommen niemals an ihm vorbei. Entdeckt uns sowieso. Sobald wir rauskommen aus dem Gebüsch. Jetzt kommt er dort hin. Sobald wir hier raus sind... Ja. Sobald wir da raus treten... ...hat er uns. Na, das war wohl falscher Alarm. Achso, während er zurückgeht wäre vielleicht eine gute Taktik. Geht denn da hinten wieder vor? Sehen wir mal nach. Während er zurückgeht, müssen wir... ...dann hinten den Baum und von dort aus müssen wir gucken, wie wir weiterkommen. Na, er ist noch nicht auf Null. Geht zurück. Das ist ja gut. Und jetzt... ...hinter ihm lang. Amicia, guck mal! Diese Brücke, da führt zum Bauernhof. Schhhh! Da ist noch einer. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Und dann noch was abwerfen. Ah, der Topf. Äh, da hinten würde es sein, oder? Was ist das? Warum? Warum? Warum bist du aufgestanden? Flucht nach vorn. Verdammt! Jetzt wissen wir, wie wir am ersten vorbei kommen. Achso, hier sind wir schon. Vierer, Safepoint. Ich glaube, ich wirf den Krug mal dort hinten hin, wenn ich es mal schaffe. Warum? Ja, komm. Nimm mich. Hast mich. Okay, dann müssen wir erstmal noch... Müssen wir noch Kugwerfen üben. Mit Leertaste scheinbar nicht. Mann, danke, du bist. Liefst. Liefst 1 1 1 2 1 2 Vielen Dank.